hallo willkommen von mycraft orion und ich bin jetzt wieder bei skilab um wasser wirst von mycraft orion gemacht letzte folge waren wir in den stern unterwegs mal wieder einer anderen welt auf einem anderen planeten leute denn wir haben ein bisschen den mond wieder erkundet und nachdem wir die folge davor als erst mal auf dem mond waren und alien freunde so gesehen bekommen haben haben wir jetzt mal ein bisschen erkundet und wir konnten die sogar retten weil man kann uns aber plötzlich auf dem mond in so einer maschine die brauchten irgendwie keine helme was mir erst beim karten aufgefallen ist weil ich die alle davor wegschnittst und kann sein dass die irgendwie da alles voller sauerstoff hatten ich hatte ja selbst meine oxygen kanister hätte ich die abgesetzt kann ja sein dass ich dann sauerstoff hätte ich weiß nicht wie die das gehandhabt eigentlich müssen ja normalerweise helm und sauerstoff tanks kann sein dass sie da sauerstoff sachen in den wänden hätten hatten aber egal leute hauptsache wir konnten ihr jens retten der rest ist eine andere sache und ich glaube diese folge ist glaube ich die späteste folge orion die ich hier aufnehmen wir haben es gleich halb zwölf mit in der nacht ja aufnahmen sind bei mir wild würde was ich sagen wollte ich habe ja hier fanarts und alles neben fanarts die haben mir gerne machen können wenn ihr bock habt nämlich auch begrüßung an das habe ich früher in sparkl und so gemacht und die leute aber nur leute wollten irgendwie nicht grüßt werden aber der textbook charl 62 mal den kommis kannst du mich mal grüßen und damit textbook charl 62 sei gegrüßt es geht bro ich hoffe das geht ja 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 leute aber wenn ihr mal gegrüßt werden sollt schreibt in den kommentaren oder so unter dem projekt wo ich euch grüßt soll soll ich euch in amperia grüßen schreibt unter namen peria folge in den chat soll ich euch in dem stream grüßen oder so schreibt in den live chat ja in orion schreibt in den orion chat in alte videos bringt das jetzt nicht mehr weil die die sind veraltet sind aber wenn gegrüßt werden wollt schreibt in kommentare grüße ich euch außer es werden viel zu viele das unter jedem video so 50 leute keine ahnung wenn so zig folgen und einfach nur die folge so aus paar minuten besteht wo ich aber nur leute grüße dann lasse ich es aber jetzt in meiner jetzigen grüße kann ich ja noch easy leute grüßen oder skelly was sagst du dazu dank dir habe ich jetzt ganze armee danke o heiliger skelly großer skelly du seid gewürdigt du skelly okay die dt hinterfragen bin es sind einfach alles voll in der freien werden ich leute und was ich gemacht habe ich habe jetzt mal aus dem level gefahren ich habe auch nur noch fünf stück weil ich habe mein altes dir schwein enchanted und habe auch meine chestpad hier dort fünf geklatscht habe dann auch mein schwert dings hier geklatscht und habe mal hier eingestellt dass ich alle sachen sehr zack um halten bei verzauberung mir ein bisschen so settings reinzuziehen aber leute das brauchen wir jetzt was ich eigentlich zeigen wollte ich habe jetzt fire aspect 5 und ist clear zack weg so weg mal was irgendwie unsinnig ist weil warum brauche feuer aspect 5 ok kann sein dass dadurch der feuer stärker ist aber naja leute die ganzen neuen verzauberung haben wir jetzt drauf habe ich jetzt darauf geklatscht leute ist nice würde ich einfach sagen ich haben wir jetzt haben wir krassere verbrennung jetzt auf unseren schwert und ist eigentlich entspannt Und Theo 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 was witzes haus mein guter boyfriend ähm nur friend ich habe was gewünscht Nice was denn? Leute denn ihr wisst für die die zweite folie geguckt haben Theo unser alter reise kumpel der man welche coolen sachen findet oder schlechte sagt in den grünen würfel der irgendwie leben entzogen wird was meinst du greeny weil leute in kleiner grüner würfel des screen ich brauche deine hilfe um ihn zu retten komm komm hast du alles ja ich bin die leute wir müssen uns bei ein okay sagt an wenn es grün ist dann müssen uns ganz schnell sputen wenn es wer anders ist muss auch und auch sputen ok ich komme bei leute wir helfen immer leuten die hilfe brauchen denn wir sind einfach die guten leute wir sind nette leute wir sind coole leute wir sind der hälfte story okay ich komme euch nicht wie so ein held vor der so krasse schwerter bekommt spark eternity die knochenklinge vielleicht gibt es ja auch ein schwert verweist dann einer der hier alle rettet und immerhin zölfe eilt und müde Spaß Leute ich sollte aufhören nachts aufnützen nehmen egal aber müssen uns behalten wir müssen diesen würfel retten Theo komm Leute wo ist das Theo wo bringst du dich hin bis wohin ist in Theo gewandert sein rucksack sieht aber leer aus hat ich frage mich wo sammelt Theo irgendwie sachen nimmt er die irgendwie mit okay wir müssen irgendwann mal mit Theo zusammen erkunden geläutet das wäre doch mal was folge mit Theo zusammen dann lernen wir wenn wahrer entdecker Theo sachen findet wie er so sachen entdeckt leute ich glaube das wäre das wäre wild oder schreib mir in die kommentare ob ihr darauf bock hättet ich folge einfach mal Theo während ich fliege ich finde es immer noch geil dass wir so ein fliege chestplate haben aber wo ist das leute wo laufen wir hin wo soll das sein aber Leute ich hoffe es ist greenie weil so kleiner grüner würfel könnte greenie sein okay grüner würfel gesagt ich weiß nicht ob wir noch irgendwas im modpack haben ist das hier irgendwo Leute müssen zwei okay ich bin bereit leute aber ich naja ich hoffe halt greenie weil ich meinen kleinen block legen immer noch vermisse leute deswegen hoffe ich deswegen kann man auch direkt greenie in kopf weil ich den enden dort vermisse und endlich haben möchte wieder okay aber wo ist das wie viele blöcke müssen wir denn noch laufen wo sind wir irgendwie bei tausend ein drohen 680 999 leute so wie ich in fetten koordinaten es geht läuft hier läuft hier hin alter Theo der noch fliegt Theo muss laufen ich kann einfach so auf entspannt ein bisschen rum fliegen und und jetzt mein glider ok obwohl ich die chestplate trage geht das mit dem glider ab aber ich bin natürlich schneller ohne glider weil guckt leute zack wenn wir jetzt auch die super chestplate drauf ist richtig krass ist Leute ich muss irgendwie versuchen das zu kommentieren zeit wo wir mit Theo laufen auf timelapse habe ich keinen bock das wäre noch langweiliger ist eigentlich gar nicht langweilig würde wir müssen uns einfach beeilen und Theo müssen wissen wo Theo hin muss wir sind gleich da ok nice Leute wir haben es gleich ich zück schon mal meine waffe wo wo ist dieses ding das wir retten sollen und leute wir müssen uns wirklich beeilen weil es hieß ihm wird leben entzogen müssen uns wirklich beeilen es geht um leben und tot hier bitte bitte nicht sterben ich weiß nicht wie gut es dir noch geht auf jeden fall zu schaden alter hier kann man durch warte muss man pickel hier was hier kommt was ist das ist das da ok leute hier lebt bis jetzt noch nichts ich sehe noch nicht ich sehe da vorne wo die schüssel rauf ist ok leute Hilfe Hilfe Leute habt ihr es gesehen magma monster Theo wo ist Theo hin da muss es sein ok was soll ich machen Leute was soll ich machen was ist äh teos an sich wo ist überhaupt Theo ich seh den nicht mehr hä äh bist du bereit let's go yo ich gehe jetzt ok leute rein da viel glück ab geht's Leute läuft alles was commander mag Leute wir gehen erstmal hier auf dem magma monster wo kommt der denn wie geht's voran Leute gerade alles überfordert ich muss erstmal hier kämpfen ich musste erstmal machen zack 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 hier weg mit dir weg mit dir ihr seid luschen ihr seid gar nichts im vergleich zu mir ich bin ich bin die macht Leute ah meine kreation du wirst soweit stark sein Leute wir müssen einfach hier hoch was commander mag wer bist du was schaut er sich da an was ist Leute von wo kommt diese energie ist das ein technik blockling ist das eine kopie dieser wird wird bei komplett leer seiner haa wer ist das tötet ihn ich habe alle gekillt du du Leute woher kommt dieser grün grüne strafe wird das einfach greenie leute müssen mit den pfeilen kämpfen zack hier flächendamage müssen mit den pfeilen arbeiten was okay eine habe ich mit dem pfeil bekommen mit den pfeilen okay zack hier alter yo was geht gerade beim spiel ab so ok greenie greenie ist der wird okay mein theoretischer recht der wird kannst du ein paar minuten haben wenn er leerst nein ich bekomme ihn vorher und der krieger wird bald vollendet sein nein leute das werde ich verhindern das werde ich wenn ach das denkst auch nur du ich werde eure pläne vereiteln wie hast du es geschafft alle zu töten soll ich dir noch was zeigen soll ich dir noch was zeigen was ich mal den komischen krieger krieger mache batz leute guck ein komischer krieger ist jetzt tot oder nein leute ja ich will diesen krieger nicht zack weg damit weg damit und er ist weg er hat eingesehen dass ich zu mächtig bedeutet ich bin die neue naturgewalt das sind alles lustig nicht zu können aber leute müssen wir müssen uns jetzt beeilen müssen wir müssen hoch ist nur hoch wo ist er wo ist er die die letzte macht die noch greenie verteidigt ist gefallen hi kleiner was geht es geht weil wir brauchen eine poppy braune poppy bei greenie kann man nur mit einer poppy mitten leute wo sind poppys nein nein wo sind poppys ich darf das ding nicht aus den augen verlieren sind hier poppys nein und ich muss irgendwie mich so bewegen dass ich poppys finde aber mich nicht zu sehr stark von dem ding verschwinde weil poppys poppys leute das ist da links ja der portal spawend einfach so ihr moin okay hier poppys hier davor da vorne diese grüne strahl zeigt und so kann sein wenn wir erst in wird entfernt ist dann die maschine ausgeht mit dem strahl also auf was ist es für eine schüsse kommt da so eine energiewelle für den strahl egal leute hier zack kommen wir haben den mit zack hier den rest hier batzia batz brenne brenne ihr habt mein greeny versklavt er hat mitgenommen hier brennt brennt leute und baum select keine ahnung sagt wir müssen jetzt nach hause aber wir haben die frage ist jetzt wo ist violia beim greeny und violia nicht die ganze zeit zusammen immer und jetzt hat frailers geschafft beim absturz noch violia schnell mitzunehmen und greeny und die wurden getrennt oder wie ist das bei violia eigentlich der blocklink von frailers und greeny war meiner und keine ahnung leute und für jeden fall wir haben jetzt greeny greeny bro hier du stehst erst mal hier zack wir haben endlich wieder greeny unseren guten blocklink brauchen wir brauchen wieder ein dia schwert viel hier auch nein das kaputt leute wo habe ich die erst hier habe ich die erst leute wir müssen greeny neues dia schwert craften weil er immer dia schwert hat und wenn die aufnahme lekt sorry bei kurieren wird mir aber das angezeigt aber hier ist alles gut ist alles cool so das einzig nein es gibt nichts trauriges es gibt nur gute seiten greeny wieder bereit und ready to fight hier netten spitzer können wir nicht geben bei entschaden muss dann verschwinden warte kam mittlerweile kann er wurde mittlerweile so krass dass ich ihm modded items gehen kann anschauen ok dies auch kassi picke gibt es hier keine weg picke leute kommt warten wartet was für mein lieblings blog link kraft ich ihn einfach eine coole picke guckt zack hier 30 30 3 gehören ist tot mittlerweile heute wenn ihr youtube macht niemals mit in der nacht auf das ist nicht gut für die aufnahme ich bin aus nicht gut für die aufnahme ich bin der ausnahme so leute wir haben endlich wieder greeny gerettet ich bin los ich bin einfach die folge bis vor allem dann lasst du ein leichter weiter wie es mit zu verpassen abonnieren und sonst